Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einigen wirklich großen Neuigkeiten zu Wrath of the Lich King. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch direkt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank. Im gestrigen Video von Scott D.A. und Mr. GM mit Principal Game Designer Chris Zierhut kamen einige neue Informationen und vor allem Änderungen bzw. Anpassungen ans Licht. Zum einen gab Chris Zierhut eine grobe Phasenvorstellung bekannt. Es geht so gesehen mit, nennen wir sie P0,5 und dem Launch des Addons los und geht eine Woche später direkt im P1 und dem Release der ersten drei Raids über. Ab 6.10. stehen uns dann die Wiederauflage von Naxxramas, der blaue Drache Maligos im Auge der Ewigkeit, der schwarze Drache Sartarion im Obsidian Sanctum und der Boss Achavon in Achavons Kammer in 1000 Winter zur Verfügung. Zu den weiteren Phasen wurden keine Daten genannt, allerdings soll das Add-on insgesamt länger dauern als The Burning Crusade. Mit Phase 2 findet der Schlachtzug Uldur Einzug ins Spiel und das in der Pre-Nerf Variante. Und zudem kommt wohl eine der kontroversesten Änderungen zum Original mit dazu. Gleichzeitig zur Einführung von Ulduar werden alle 10er Raids der ersten Phase den Loot aus deren 25er Schwierigkeit übernehmen. Und der Loot aus der 10er Schwierigkeit wird dann in den sogenannten Heroisch Plus Varianten von Instanzen droppen. Und damit nicht genug. Wenn ihr als Tank oder Heal einen Dungeon betretet, erhaltet ihr am Ende der Instanz einen Lootbeutel mit der Chance auf unter anderem das Mount von Baron Rivendale, dem Weißen Schreiter von Keltas oder Anzu, welchen ihr aus der Druiden-Flug-Quest-Reihe kennt. Weiterer möglicher Loots sind Haustiere und Consumables. Das bedeutet, dass wir ab Phase 2 bereits drei verschiedene Schwierigkeitsgrade an Instanzen laufen können. Normal, Heroisch und Heroisch Plus. Was genau Heroisch Plus bedeutet, außer dass es schwerer als Heroisch sein wird, ist leider noch nicht bekannt. Zierhut hat ebenfalls erwähnt, dass Blizzard vor allem die Ulduar-Phase strecken möchte, sodass mehr Leute die Möglichkeit haben, Ulduar bis zum Ende zu sehen. Wie lange die Phase genau gehen wird, ist nicht bekannt. Was wiederum bekannt ist, ist, dass es danach mit Phase 3 und der Prüfung der Kreuzfahrer weitergehen wird. Auch hier gibt es, was das Item-Level angeht, eine Änderung. Items aus Prüfung der Kreuzfahrer 10 haben einen leicht niedigeren Item-Level als Items aus Ulduar 25 Hard Mode. Es lohnt sich also weiterhin, die alten Raids zu besuchen. Mit Phase 4 kommt dann der lange ersehnte Red-Eis-Kronen-Zitadelle ins Spiel, in welchem wir dem Lich King persönlich entgegentreten werden. Das Rubin-Sanktum wird aktuell eher als Zwischenphase gehandhabt und wird im Laufe der letzten Phase zum Abschluss von Wrath of the Lich King implementiert. Was haltet ihr von den Änderungen? Was sagt ihr dazu, dass Tanks und Heiler extra loot bekommen? Und vor allem auf was oder wen freut ihr euch am meisten in Wrath of the Lich King? Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Release und immer dran denken, genügend Mana-Tränke einzupacken. Man weiß ja nie.